So schaut das aus, wenn man Meister ist. Thomas Schulitz bereits versiert. Er hat letztes Jahr im Bisting schon eine Sexflasche aufgemacht. Der kennt sich aus, der Herr. Heute auf den Sieg, den Meistertitel, Landesliga B Niederösterreich, Meistertitel, Aufstieg in die zweithöchste Spielklasse in Österreich, Landesliga A. Ja! Oh! Oh! Und da wird's schön gespritzt! Oh! Oh! Auch Dietmar! Herrlich aufs Handy! Die Sprühe! Winners! Ja! Und du kannst jetzt mal spielen. Bei der 35 ist so ein bisschen. So film ein bisschen. Film ein bisschen. Das ist auch. Einfach ein Hinhalten. Ja, ich stelle. Ich stelle. Na, zusammenstellen, zusammen, zusammen, dazu. Alle zusammen, zusammen. Hare! Hare komm her! Ja, Hare komm! Der hat auch nicht gespielt. Der Hare kommt schon dazu. Der ist auch Coach. Der Matthias muss auch dazu kommen, der Psycho-Coach. Matthias Coach, komm! Der Haare ist über... Und der Kleine ist... Wie heißt das? Ameisen-Scheiße-Hattel...